Was glaubt man, das ist die Fighter, Osiria und ihr seht es schon, ich bin mitten im Summon, ich hab eigentlich schon was aufgenommen, aber gemerkt, oh Gott, dass er alles total überlastet und alles hat gehangen und geleckt. Es scheint, als würden die PC-Probleme wieder ein bisschen kommen, aber das mal beiseite geschoben. Ich bin schon quasi mitten im Summon, ich bin im Double Raid Banner, wir werden weiter im Double Raid Banner Summon, das war das Programm von dem Video quasi. Deswegen, dass wir das Ganze nochmal refreshen und nochmal auffrischen und sagen, was die quasi Sache ist. Ich wollte gerne die letzten Summon Double Raid Banner, wenn ihr die Videos gesehen habt, die waren ja gar nichts und ich wollte die Revue passieren lassen, ich war wieder hier, dachte ich mir, komm, wir machen auf einmal noch auf jeden Fall einen Versuch im Double Raid Banner und versuchen das Ganze negativ wegzuschieben und hier gut zu Summonen, denn ich hab den nötigen Fleiß an der Stelle erbracht an diesem Tag, an dem ich das hier aufnehme. Diejenigen, die beim LL Vigito Pool dabei waren, wissen, was ich meine mit Hashtag Fleiß. Und an der Stelle liebe Grüße und lieben Dank an Rajit Ushia und seinem Gem Shop, seinem Stone Shop, denn er hat mir die Stones gesponsert. An der Stelle wirklich lieben, vielen Dank. Falls ihr euch selbst fragt, ey, wie komme ich günstig an Stones ran, nun alle Informationen dazu, zu meinem Partner quasi, Rajit Ushia, zu seinem Gem Shop, zu seinem Stones Shop. Alle Links sind in der Beschreibung und bei mir auf dem Discord Server ist auch ein Kanal speziell für ihn, für die Informationen um seinen Shop quasi. Wenn ihr da weitere Fragen habt, private Fragen habt, könnt ihr sie gerne mir stellen oder meinem Mod Lai, wir beide kümmern uns darum. Wie gesagt, die Shoutouts müssen raus, ganz klar an der Stelle, liebe Grüße und vielen Dank für den Sponsor Rajit. Er hatte uns quasi 500 Stones zur Verfügung gestellt, das Ganze hat ein bisschen geleckt, aber wir haben gerade gesehen, ihr habt das gesehen. Einsam habe ich gemacht im Double Raid Banner, wir werden die Hälfte raushauen, also 250 Stones von den 500, ein Muisam habe ich leider schon gemacht. Aber der war wirklich sehr, sehr gut, ihr habt es gesehen, 4 SSR aus einem Multi, ich hatte einen Crackscreen mit Thank You Dragon Balls, 1, 2, 3, 4 Pots haben wir jetzt an der Stelle. Und wie gesagt, das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut angefangen. 4 SSR in einem Multi, so sollte es in einem Double Raid Banner laufen und aus den letzten Videos von dem Double Raid Banner, mein Puls, das wäre gar nichts, das war ein reiner Troll, deswegen wollte ich hier dem Ganzen nochmal einen Versuch geben. Und deswegen war ich quasi schon mitten im Aufnehmen und wir machen einfach direkt weiter, also entschuldigt das Ganze an der Stelle. Aber, ja, die Puls von vorhin, die waren echt insane. 4 SSR, wie gesagt, 4 SSR, right, direkt hintereinander und ich dachte mir, geil, 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 so soll es eigentlich laufen, so soll es eigentlich laufen im Double Raid Banner. Ja, und dennoch hoffe ich trotzdem pro Multisam einen SSR zu ziehen, weil ein Dead Multi aus einem Double Raid Banner tut echt weh. Und gerade, wo ich es ausspreche, glaube ich, wird das hier der Fall sein, aber egal, heute wird das quasi, jawohl, jawohl, nicht der Fall sein. Immerhin ein SSR und ich glaube, der ist an der Stelle auch gefeatured. Heute, heute machen wir uns keine negativen Gedanken an der Stelle, wir pullen einfach aus Spaß, habe ich schon seit lange nicht mehr gemacht, leider irgendwie, weil ich zu vertieft den Duckern, jawohl, genau das, genau das, the Dead Tanks. Zweiter SSR, sehr cool, sehr, sehr cool. Wie gesagt, einfach hier Spaß haben an der Stelle und ganz klar, natürlich auch dank den Freestones an der Stelle, Hashtag Freestones, das ist nochmal ein anderes Gefühl, wenn man das summt und warum tue ich hier nur die Hälfte verballern, weil es ist ungewiss, was noch in Zukunft kommen wird, beziehungsweise die nächsten Tage schon. Der Banner wird entweder schon offline sein, wenn ihr das Ganze seht oder kurz davor und deswegen wollte ich auf jeden Fall mir noch ein paar Stones sparen, weil wir wissen, wir wissen quasi grob, was kommt. Extreme Z-Battle eigentlich sollte auch Angel Go und Freezer an der Stelle da mitkommen, aber wir haben es halt noch nicht in den Daten oder sonst wo, deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und behalte mal 250 Stones für den Notfall quasi an der Stelle. Anyways, wir gehen super sehen, wir hatten zwei Pods und ich kann es natürlich auch nicht verleugnen, ich kann es nicht verleugnen, ja, wir wollen hier natürlich einen LR pullen. Insgesamt habe ich hier schon in den letzten Videos, glaube ich, fast an die 500 Stones verschwendet in dem Summon, hier kommen wir dann nach dem Video auf 750 Stones, dann habt ihr da mal einen Vergleich, ja, der eine zieht beim ersten Multidirekten LR, der andere nach weiß Gott, wir stehen oder gar nicht, also an der Stelle ich, aber wir hoffen, vielleicht, vielleicht passiert hier noch das ein oder andere Wunder, wir wissen es nicht. Wie gesagt, egal, ich glaube, ich rede ja an der Stelle zu viel und wir wissen, was das heißt, wir wissen, was das heißt. Hashtag nicht gefeatured, hätte ein LR sein können, auch wenn es natürlich sehr viele andere nicht gefeatured Charaktere in dem Banner gibt, aber hey, es hätte sein können, es hätte wirklich sein können. Egal, wir machen weiter mit Chausie, wir machen weiter mit Chausie, an der Stelle noch ein SSR Promotism, perfekt, alles gut. Ja, wobei man eigentlich auch mehr erhofft aus dem Double-Rate-Banner, wenn ich ehrlich bin, aber, uh, nein, ich glaube, auch nicht gefeatured. Ich glaube, auch nicht gefeatured war das. Aber wir wissen aus meinem letzten Puls, was in den Double-Rate-Banner ging, da ging ja bei mir gar nichts, da war tote Hose, deswegen tue ich die Senkung auf jeden Fall hier dämpfen und Wir wollen einfach Spaß haben, wir wollen einfach Spaß haben und Summon. Aber lasst mir das ganz kurz mal hier refreshen und gucken, nicht, dass ich euch da Mist erzähle, wer denn gefeatured ist und wer nicht. Das Goku uns das Ganze mal ganz kurz nochmal an, die ganzen Goatniks, das wusste ich, dass die gefeatured sind, das war auch so der Fall. Goku, den Goku habe ich beide nicht, den würde ich gerne ziehen. Genau, die Goatniks haben wir alle gezogen. Ah, Trunks, ah, okay, der Trunks ist gefeatured, okay, okay, passt. Da war Videl an der Stelle nicht gefeatured, Videl war an der Stelle nicht gefeatured, okay. Voll letzter Thumb für das Video, ah, leider nur ein Pod, leider nur ein Pod. Zack, 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 runter damit, let's go. Leider nur ein Pod, Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da und abonniert das Ganze, unterstützt das Ganze mit einem Like, wie gesagt, wenn es euch das gefallen hat, ist auf jeden Fall, ähm, freut mich auf jeden Fall sehr schnell, ja. Also, da zählt dann quasi wirklich jeder Like. Hört sich vielleicht Like geil an oder so, aber Abo geil, aber so läuft das Game quasi, so läuft das Game. Also, wenn ich dann Feedback bekomme, dann weißt du, okay, das kam gut an und das hilft mir auch mehr und mehr, also, wie gesagt. Oh, Jaco, okay, Jaco, 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 Jaco. Unexpected Use, Jaco. Let's go. Nein, wir sind nicht in dem Universe 6 Banner, wir sind nicht in dem Kevlar Banner und wir wissen, ich hab Kalifla auf 100% und wir wissen leider, was das heißt. Zumal sie nicht gefeatured ist. Wir wissen leider, was das heißt. Shit, 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 shit. Shit, also, geil, Kalifla gezogen, aber es wird mir an der Stelle gar nichts bringen, weil ich sie schon auf 100% hab. Wieder nicht gefeatured. Seine Silhouette hab ich nicht erkannt an der Stelle, deswegen hab ich kurz mal einordnen müssen. Dreimal nicht gefeatured. Fuuuuh, wieder 4, wieder 4 SSM und den hatte ich nicht. Korrekt. Oh Gott, ich weiß, wie viele SSM gezogen, aber genau so sollte eigentlich ein Double Red Banner laufen. Oh mein Gott. Geil, 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 geil. Ich weiß nicht, ob ihr das Ganze toppen könnt mit dem LR Pullen. Ey, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, aber. Letzter Multi, letzter Multi für dieses Video, für diesen Banner und da macht mal Schluss für heute, Leute. Wenn ihr an der Stelle an mich glaubt und wenn ihr vielleicht denkt. Boy, dieser Osaru macht jetzt noch irgendein Wunder mit seinen Predictions. Und dann, umso mehr, gebt mir eure Kraft und haut in den Kommentaren Hashtag LR raus. Ich weiß, ich hab vielleicht zu viele Hashtag in dem Video rausgeballert, aber wenn ihr jetzt nicht schummelt, wenn ihr jetzt daran glaubt, dass ich jetzt aus dem letzten Multi ein LR ziehe, dann haut jetzt Hashtag LR raus. Hashtag LR. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go in diesem Banner und dann ist es auch gut. Dann ist es auch wirklich gut. Und diese Pulse haben mich sehr gefreut. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Pots. Rainbow. Wir haben, ihr habt es nicht gesehen, Leute. Wir haben mit Rainbow Base Form angefangen. Ja, ich hab's, leider hat es nicht aufgenommen. Da haben wir 4 Ezra gezogen. Hören wir mit Rainbow Ezra auf. Ich glaub, wir haben 4 Ezra im Ersten gezogen. Ich kann gar nicht mitziehen, aber genau so soll es eigentlich laufen. Ist das genug geredet? Let's go. Okay, leider kein Base Form. Anyways. Super Sergeant 1. 3. Leider kein Super Sergeant 3. Leider kein Super Sergeant 3. Anyways. Wir machen direkt weiter mit dem SSR. Sehr gut. Erster Pull direkt SSR. Back to back. Und an der Stelle nicht gefeatured. Raditz. Raditz. Ich weiß gerade, was los ist, aber eigentlich sollte genau so ein Double Red Banner ablaufen. Oh, nee, nee. Das ist kein SSR. Ich dachte schon, hä? Ist das... Welches von Goku ist es, aber... Nee, SSR. SSR Goku. Nappa. Okay. Ah, krass. Krass, 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 krass. Trunks. Trunks. Passiert dir noch ein oder andere... Das ein oder andere Wunder. Trunks. Wieder Trunks. ist dieser message ich glaube nicht das war es dann an der stelle ja das war es ich glaube das war der letzte nope aber da okay viele trunks und goten sind gefeatured ganz klar aber an der stelle leute ja wirklich sehr gut und viele sr gepult das hat mich wirklich sehr gefreut das sollte eigentlich so laufen das mit den lr ist quasi reine glückssache ob das passiert oder nicht man weiß es nicht man weiß nicht anyways wir gehen hier mal kurz drüber und schauen mal ganz kurz character list character list was haben wir denn gepult ganz kurz zum ende und wie gesagt cool dass ihr eingeschaltet habt ich hoffe das ganze hat euch an der stelle gefallen nämlich wir haben echt viele sr gezogen wir haben hier 1 2 3 5 10 14 14 ssr aus 5 mutig zusammen geil so sollte es laufen ich habe euch gefallen wenn ja gibt den ganzen ein like und wir sehen uns das nächste mal peace leute